Willkommen Leute zu dem Infovideo. Ja, in dem heutigen Infovideo, es gibt heute zwei bei der Welt, dieses und noch einen zum Mario Kart 8, was kleiner ist und nur was mit dem Turnier zu tun hat, aber zu dem Infovideo hier. Erstmal zu liegen ist mich, dass in den nächsten Tagen kaum Videos kamen. Ich lag daran, dass in den letzten Tagen, dass ich da erst erst viel zu tun hatte. Plannmäßig wollte ich das Infovideo schon vor drei Tagen hochladen, habe es einfach nicht gesagt. Weil ich habe aktuell ein paar private Problemszenen, aber die tun es jetzt nach und nach wieder geben. Und spätestens nächste Woche Freitag bin ich mit fast allen wieder entlastet und kann mich YouTube wieder sehr groß widmen. Aber nachdem jetzt ein paar andere Sachen, zum Beispiel auch so morgen und die am Wochenende einfach enden, die mir ein bisschen meine Zeit gebraucht haben, wird es ab morgen, ab Freitag regulär wieder weitergehen. Das heißt, es kommen die Videos, die im Uploadplan stehen, jeden Tag zu der richtigen Zeit und alles. Und es hat auch alles seine Qualität und Standards. Ne, und wenn wir jetzt gerade beim Thema Qualität und Standards sind. Ich habe eine Umfrage gemacht, da auf der MI, bitte mitmachen, kurz, ganz kurz. Es geht darum, ob ihr die Videos ganz gern in 1080p mit 60fps sehen würde. Das würde heißen, dass die Videos länger zum Rendern brauchen und es nicht damit mehr Zeit und Stress kosten würde. Oder sagt sie 1080p ohne die 60fps, die dann angezeigt werden, ist auch in Ordnung. Dann wird es zwischen den beiden wählen. Weil ihr kennt das ja, wenn ihr jetzt die Qualität beim Sahnerrad unten ändert, steht da ja bei 60fps Video. Beispiel 1080p 60fps, also es sind die 60 HD 60 drüber, ne. Und wenn es die 60fps nicht hat, zum Beispiel nur 58 oder eher gängiger 30fps, wird es in meinem Fall bei den Videos nicht da. Aber das, was ihr wollt, wie gesagt, wenn ihr sagt, aha, wenn ihr mehr sagt, mir reisen 1080p mit 30fps, wie es jetzt ist, okay, es ist von mir halt weniger Arbeit, weil die Videos nicht ganz lang zum Rendern brauchen. Oder wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt die 60fps haben, dann mache ich das auch. Stummt bitte ab. Ja, und jetzt wird es so in die nächste Sache so ungefähr. Ähm, weil ja, das wird ja einfach ein ganz kurzes Slava-Video, wo es einfach so ein paar Sachen sagt, ne. Ähm, ja, ich möchte mich an dir vielleicht auch mal ganz kurz für die ganze Unterstützung bedanken. Vor allem bei den Streams, zu denen wir gleich kommen. Und da vor allem möchte ich ein paar Namen nennen, zum Beispiel Kokidaro. Und keine Angst, sie haben dein Gewinnspiel nicht vergessen. Oh, die Batterie lässt nach, sie ist klar. Egal. Also, ich habe dein Gewinnspiel nicht vergessen. Ähm, ich habe mir jetzt nur gedacht, ich mache gerade ein Best-Off von den 12 Stunden Stream. Und sobald ich dies, werde ich auch noch mal privat auf Discord anschreiben und dir das erklären. Aber sobald ich den 12 Stunden Stream zusammengefasst habe, also so ein Best-Off quasi von den 12 Stunden Stream. Und das hochgeladen habe, werde ich nochmal im Video ganz toll erkunden, wer der Gewinner war. Obwohl wir das eh schon wissen. Und dann werde ich dir den Preis zusenden. Genau. Ich habe diese Karte schon gekauft, gelegt neben mir, habe es aber heute zu erschlossen. So, aber nun wieder zu der Menge. Weil Streams ist ganz gut, denn da habe ich mir auch was Neues überlegt. Und zwar, ich habe mir jetzt so gedacht, wir spielen... Hör zu... Freitags... Splatoon Online von 20 bis... Ja, also meistens 20, das seht ihr dann beim jeweiligen Tag. Für 2 Stunden halt in der Regel. Also... Ja, wie lange es Spaß macht. Es ist immer Freitags Splatoon. Nur Splatoon. Nur Splatoon. Samstags spielen wir Minecraft VU Edition. Geht höchstwahrscheinlich in die Switch Edition über Erscheinung. Muss es schauen. Vielleicht teilen wir euch da auch irgendwie erste Hälfte. Also 8 bis 9 Minecraft VU Edition. 9 bis 10 Minecraft Switch Edition. Muss es schauen. Je nachdem wo es mehr Abonnenten finden. Das wird dann gespielt. Weil die Switch Edition erscheint ja nächste Woche Freitag. Wobei es dazu... Das dann eh wieder Special wird. Sag es gleich aber noch. Und Mittwochs wird ab jetzt alle 2 Wochen... In welchem Muster das laufen wird... Das seht ihr dann... Wird es Mario Kart 8 Deluxe Online geben. Zusätzlich zu einem Online LP... Spiel ich da einfach mit euch Online mit der Community. Weil mit den Online LP werde ich einfach mit anderen Spielern spielen. Und keinen Raum jetzt erstellen für euch. Also das mache ich nur in alle paar Parten mal. Dazu aber mehr Mario Kart 8 Online Projekt. Aber Mittwochs alles für Wochen... Tue es einfach so mit euch... Mal eine Runde Mario Kart Update spielen. Wann das genau ist... Das seht ihr dann. Ich kann das nur 2 Wochen machen. Und je nachdem... Am besten... Also wenn es zum Beispiel... Nächsten Mittwoch... Ähm... In der Früh dann das Intro-Video kommt. Heute Abend Mario Kart 8 Livestream. Wisst ihr es ist in der Intervalle... Nächste Woche Mittwoch Livestream... Übernächste Woche nicht... Übernächste Woche wieder. Also als Beispiel... Muss noch schauen wann es mir dann passt. Ja... Das sind so unsere aktuellen Livestreams. Jede Woche... Also wochentlich... Freitag... Splatoon... Samstag... Minecraft... Und zweiwochig... Mittwochs... Mario Kart 8. Ähm... Speziell... Vom nächsten Freitag... Also diesen Freitag... Also Spress... Morgen... 5.5. Ist dann jetzt als Beispiel eben... Splatoon Stream. Und... In der Woche darauf... Am Freitag... Den 12.5. Assigned... Der Minecraft... Switch Edition... Und da wird es einen Release Stream geben. Denn ich mache ab jetzt immer... So wie bei Zelda und Mario Kart 8... Bei Games... Die assignen... Die ich zum Release bekomme... Am Release Tag... Und dies ist... Bei Nintendo... Freitags... Bei der... Also bei der Switch... Bei der Juwals Donnerstag... Bei Switch Freitags... Wo die Spiele assign... Mache jetzt ab jetzt immer... Einen Release Stream... Wo ich das Spiel... Einfach mir... Am Release anschau... Zusatzlich sooten... Die überlegen jetzt Play... Das heißt... Nächste Woche... Wurde es Freitag... Release Stream machen... Statt Splatoon... Und dann könnte man... Dafür dann da... Am Samstag Splatoon machen... Klären wir dann... Die ist nun am Rande... Naja... Was jetzt hier in der Message sein soll... Dass es Freitags... Immer Splatoon... Äh... Release Stream... Mache... Da werden eben... Neue Gamesters sein... Ja... Ähm... Ja... Vielleicht noch... So über... Let's Play Projekte... Oder so... Keine Ahnung... Ähm... Ja... Wir haben aktuell... An Projekten... Einen ganzen Haufen... Zelda Breath of the Wild... Mario Kart 8 Deluxe... Super Mario Maker... Yes Is Valley World... Und... Mario Party 2... Und... Yukei Leili... Das sind ganz schön... Viele... Haben aber... Alle schon reingepasst... In meine... Display Projekte... Dass sie jeweils... Zwei Woche kommen... Yes Is Valley World... Möchte es jetzt bald... Beenden... Mario Party 2... Muss jetzt weiter... Prügeln... Tatsächlich... Und... Ja... Ich kann euch noch nicht sagen... Was die nächsten Projekte sind... Ne... Weil das hängt... Einfach... Jetzt sehr davon... Ab... Was wann... Er sein... Zum Beispiel... Will schnell wie fertig werden... Und ich habe auch noch... Ein paar Projekte... Die pausiert sind... Zum Beispiel... Paper Mario Color Splash... Ne... Da müssen wir dann... Holen... Ne... Was machen... Werden wir aber... Sicherlich hinbekommen... Ich bin zuversichtlich... Ja... Das... Waren... Dann... Glaubens... Alle Infos... Die ich jetzt hier... Euch in dem... Infovideos... Wie gesagt... Einfach nochmal... Entschuldigung dafür... Dass ich... In den letzten Tagen... Kaum Videos kam... Ich lag daran... Dass ich einfach... Viel Privates hatte... Was Stress... An dem ich... Arbeiten musste... Alles... Privates... Blablablub... Das ist aber auch... Alles... Fürs Erste... Vorbei... Mit dem... Entpressen... Ja... Kommt es... Alles... Wieder regulärer... Ja... Ähm... Ich werde demnächst... Ein Infovideos... Mal wieder... Ein Infovideos bringen... Bzw... Ich werde es... In einem... Mario Kart Online... Part... Reinfließen lassen... Ähm... Und zwar... Was ich an der E3... Und an der Gamescom... Machen werde... Weil bei beiden... Sind es ja so... Streams... Und so weiter... Gerade bei der E3... Tut Nintendo einiges... Ankündigen... Und... Ich bin ja... Das ist nicht so... Reiner... Interno... Let's Player... Zum Beispiel... Der... Der macht... Xbox... Let's Play... Und die wird... Zukünftig auch... Hier auf dem Zendel... Geben... Das werde ich... Aber nochmal... Gesondert... In Zukunft... Das Video von dem Zendel... Ankündigen... Was in ein paar Wochen... Erst kommen wird... Da muss ich mir nochmal... Gedanken machen... Auf jeden Fall... Werden wir dementsprechend... Groß... Die Veranstaltung... Auf der E3... Übertragen... Was genau... Wieder übertragen werden... Und was... So grob... Unsere Pläne... Für die Gamescom... Ob wir hingehen... Wann wir hingehen... Wie wir das machen... Das wird's in einem... Der nächsten... Mario Kart 8... Online Part... Was geben... Und zu guter Letzt... Ähm... Ich möchte... Ein neues News Format... Einführen... Das kommt... Jede Sonntag... Das heißt... Einführen... Ich hatte... Erstmal... Aufgegeben... Werde ich jetzt... Auch wieder... Vermehrt... Machen... Und zwar... Die Top News... Ich weiß noch nicht... Ob ich es... Wöchentliche... Oder... Zwei... Wochentliche... Mach... Auf jeden Fall... Kommt Sonntag... Ich weiß noch nicht... Wöchentliche... Oder... Zwei Wochen... Ein paar... Also... Einmal... Top News... Und da... Werden die ganzen... Gaming News... Aus der Woche... Oder eben... Aus den... Zwei Wochen... Je nachdem... Zusammengefasst... Die erste... Davon kommt... Am Freitag... Sonntag... Sorry... Diesen Sonntag... Und dann... Ja... Werd ich dann... Sagen... Ob es alles... Bei Wochen ist... Und so weiter... Und ich bitte... Mal... Dann... Feedback... Wie ihr das neue... Newsformat... Findet... Elf Minuten... Einfach am Stück... Geredet... Ohne zu cutten... Ne... Ich weiß nicht... Irgendwie... Einfaches Mikrofon... Reden im Raum... Kann ich... Das ist gar kein Problem... Ne... Aber wenn ich dann... Einfach mit dem Mädchen... So rede... Dann... Hört das... Schon auf mein langes Presse... Also... Ja... Egal... Also... Ja... Das soll es wie gesagt... Vom Video gewesen sein... Ähm... Ja... Wir sehen uns morgen wieder... Hoffentlich... In einem... Let's Play Video... Oder eben noch... So Mario Kart 8... Infovideo... Was ich jetzt hochgeladen habe... Das wird unbedingt anschauen... Weil da geht es um das Turnier... Das ist auch recht interessant... Was gut... Bis... Morgen... Oder... Wann auch immer... Morgens 20 Uhr... Ja... Werdet ihr sehen... Oder... Bis demnächst... Und... Ciao... Ne...